apple sagt 36 stunden laufzeit nach einem update sogar 60 stunden für die apple watch ultra ich schaue mal ob das stimmt was habe ich die drei tage mit der apple watch ultra gemacht ganz normal benutzt telefoniert hier und dann termin eingetragen das war es also ich bin beeindruckt